Okay, los gehts jetzt. Ich kann einmal den Zwischenstand erzählen. Was gerade passiert ist. Also, die Aufnahme hat gestoppt. Ja, und das habe ich nicht gemerkt. Aber ihr habt nicht so viel verpasst. Denn der Speicher von meiner Kamera war voll. Den müssen wir erstmal... Anruppeln? Ja, anruppeln. Das ist unser Job. Oh, 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 oh. Da sind plötzlich... Sachen! Ich habe keine Schaufs gegen mich. Ich habe jetzt alle... Ah, jetzt alle fertig, Junge. Schaff ich das wohl? Ja, mach. Schaust du. Locker. Geh da runter. Wo diese Dia? Geh da. Geh da. Geh da. Geh da. Alter, waren die nicht so gute Sachen. Lalalalalala. Kion und... Kion, hast du dich jetzt entschieden? Du kannst sagen... Also, Insel PvP ist hier weg. Und ich habe mir überlegt, damit diese Map nicht verloren geht, wollen Kion und ich sie bauen. Aber Kion weiß noch nicht, ob er das wirklich machen will. So. Jetzt geht sie das Wort an dich. Ich überlege noch. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob ich das machen soll oder nicht. Schreibt ja. Wir wollen diese Insel PvP dann nochmal spielen. Sie hat uns sehr mit Freude begnügt. Und das nehmen wir dann natürlich auch auf. Wir wissen nur noch nicht. Kion, würdest du denn dann dafür sein, dass wir den Bau auch aufnehmen? Ja, klar. Dann könnten wir Folgen damit machen. Let's Build Insel PvP. Also, machst du mit? Mhm. Ja? Mhm. Nur wenn die Zuschauer das sagen. Nein. Du musst das selber entscheiden. Nein, die Zuschauer entscheiden. Der fickt mich dann auch mal an. Oh. Ein Ei. Oh, mal mehr mit den Eiern mach ich alle fertig. Äh, geht die Aufnahme noch? Ähm, ja. Seit zwei Minuten. Ähm, werf mal ein Ei? Ne, mach mal bei dir. Gucken, ob die platzen. Ob die Kinder rauskommen. Ja, ja. Der ne. Jetzt. Oh. Schnell. Eierwolf. Ich muss zurück. Sorry, ich hab wirklich leider keine... Boah, Julia. Nicht rubsen. Was willst du? Ich will alles. Sogar dein Penis, weißt du? Ah, deine Mutter will auch deinen Penis. Ja, ich weiß. Das gibt's ja hier. Soja, dann schlecht. Das ist gut. Gut, gut. Oh, oh. Ich hab gehört, hier soll es was ganz Gutes geben. Hast du gar nicht gehört? Ja, aber da standen gerade die ganze Zeit welche Diamanttypen. Vielleicht gibt's ja hier volle Diamanten. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Bad Thing. Oh, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Nein, er hat's nicht geschafft. Oh, gastlos. Geh da runter. Geh da runter. Geh da runter, du Arsch. Vollgericht. Oh, Äpfel. Und jetzt essen. Oh ja. Bestimmt gibt's in jedem Haus was. Ja, mach. Jetzt mach. Ach. 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 Wie fandet ihr das? Guckst du immer auf die Aufnahmen? Ja klar. Ach, ich bin immer noch mit Eiern ausgerüstet. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich such immer noch hier die Bäume ab. Ah, da. Es ist erst vier Minuten läuft diese Folge. Vier Minuten? Mhm. Ja, das geht ja. So, Waffe. Nein. Ich kann das nicht mehr machen. Scheiße. So ne. Scheiß Paco. Ach, geschockt. Ah, ne Pyramide. Das bedeutet nur was gibt's. Das ist die Villa. Applaus, Klaus. Applaus. Eisenhose. Eisenhose. Ficker. Alter. Wie schnell geht der Hunger gleich? Nein, 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 nein. Ich hab Hunger. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Da waren gerade Diamanttybis. Na, geh doch. Oder ich geh jetzt zu dem geilen Baum. Ja, zu dem geilen Baum. Der ist richtig geil. Der hat mir schon mal Aschpick gegeben. Ja. Aschpick. Mit seinem Holz an einem Stamm, ne? Mhm. Hat voll gut getan. Hab ich auch schon mal gehört. Finn, ne? Denn der geht jeden Tag zu so einem Baum in seinem Puffabteil. Abteil. Finn arbeitet bei dem Baum. Ja. Ach so, deswegen. Wenn mich immer angreifft, mach ich den mit Eiern fertig. Der ist zulässlich geboren. Der Finn. Nein, der Baum. Nein. Finn. Ja, Finn aber. Finn stinkt. Finn stinkt. Versteckt dich da. Ist auch erst mal irgendwas geil los. Da. Oh, die hat man schwer. Mach weg. Rückstoß. Mach die Tür zu. Ja, ich hab ein Knockback auf mein Diamantschwert. Ich muss die Tür zu machen. Meine Familie ist wieder da. Haha, wir waren gerade alleine. Und jetzt kommt die wieder und macht die Krach, ey. Unmöglich. Kann die keine Rücksicht offensieren. Unmöglich, diese Weiber. Nur noch dein verzaubertes Diamantschwert. Ich hab beide verzaubert. Und so. Wie kann ein Mensch das ertragen, dir in die Augen zu sehen und es genau zu haben. Was singst du da? Ach so, das heißt von Philipp Kösel, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Wie soll ein Mensch das ertragen wollen? Wie soll ein Mensch das ertragen, irgendwie, von ihm? Das finde ich ganz geil. Mach! Wirst du eigentlich Stress? Hm? Wirst du Stress? War geil. Hoffentlich ist auf dem Strom irgendwas geiles. Nee, das ist voll schwach. Ach, Flame. Oh Mann, geil. Jetzt hab ich Flammen und... Leut. Was bräuchte denn nur für? Du willst jetzt ein Bow? Ach so. Oh, ne Scheiße. Geh dann mal hin. Ich geh da jetzt bald auch rein. Ähm, sieben Minuten? Nimmst du schon auf? Ja, geht noch. Ja. Passt. Hier, da oben. Da. Da. Ah, Eigenstiefel. Das geht noch besser, ne? Ich will aber nicht noch weiter höher. Das sieht kosebig aus. Ich geh erstmal hier runter. Wow. Ja, man kriegt hier auf keinen Fall Schaden. Das find ich geil da dran. Ja. Da gehst du. Oh, das sieht schwierig aus. Ich will aber meine Sachen nicht verlieren. Ah, ich geh wieder zurück. Nee, ich geh wieder zurück. Da geht'sи dieser Windfallensinn. Oh-oh, 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 wo-oh, wo, ko. Oh-oh, wo, oh-oh. ими invi Ну... gleich 8 minuten das ist der Weg der Schwierigkeit ticci 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 mein Motto geh einfach runter ihr müsst unbedingt den Film After Earth gucken ja den gucke ich jetzt bald oh ihr müsst dann fuck you goethe fuck you goethe warst du da schon drin? ja mit wem? mit meiner Mutter mit meiner Mutter mit meiner Mutter mit meiner Mutter hast du da gesagt dass wir aufnehmen? nein hohoho hä was ist? ah ja ich hab kein Eisen dabei hä was hättest du sonst machen können sonst hätte ich das richtig geil verzaubern können meine Sachen vielleicht gibt es hier irgendwo Eisen ja man das richtig geil verzaubern ja in diesen Lichtteilen hier da kann man dann Resistenz und sowas eingeben da kann man dann Resistenz und sowas eingeben ja 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 ja